Jo meine Leute, herzlich willkommen zum 19. Spieltag der dritten Fußballliga, Saison 20, 23, 24, am 19. Spieltag. Los geht's, alle Spiele live bei Magenta Sport und samstags in der Magenta Sportkonferenz oder Einzelspiele. Los geht's heute um 19.00 Uhr. Rot-Weiß Essen schlägt VfB Lübeck mit 3 zu 0. Dann morgen um 14.00 Uhr, Erster Cäsarbrücken schlägt Jan Regensburg 4 zu 1.00 Uhr. Borussia Dortmund 2 unterliegt Hallerschaftsee 1 zu 2.00 Uhr. SV Waldhof Mannheim gewinnt gegen Erzbügel Auer mit 2 zu 0. FC Ingolstadt unterliegt SV Sandaun 1 zu 3. SC Phil und SSV Ulm trennen sich 2 zu 2 unentschieden. Dann um 16.30 Uhr, Erster Spielvereinigung und Daging unterliegt Preuß Münster 2 zu 4. Und übermorgen somit einen schönen dritten Advents wünsche ich euch. MSV Duisburg und Dynamo Dresden spielen 3 zu 3.00 Uhr. Um 16.30 Uhr, Arminia Bielefeld und TSV 1860 München spielen 2 zu 2.00 Uhr. Und um 19.30 Uhr FC Viktoria Köln und FC Freiburg spielen ebenfalls unentschieden, aber 1 zu 1 unentschieden. So, das war's vom 19. Spieltag der dritten Fußball Liga Saison 20, 23, 24 Predictions. So, lassen, like, dann lassen, abo da. Gut, kick, ciao. Ciao. Ciao.